Alter! Das mache ich jetzt nur aus Spaß, weil mir langweilig ist. Außerdem will ich mal wissen, ob ich mit meinem Level jetzt hier irgendwas besseres kriege als vorher. Oder ob es hier weiterhin nur Schrott gibt. Ist er schon Welle 3 von 3? Was ist schlecht? Der Archenfall bricht auseinander! Bring dich in Sicherheit! Wir sind da dann richtig gut, was? Yay! 32 Abschüsse! Ein Key gibt's dafür! Oh, aber nichts zum Mitnehmen. Schade. Ich dachte, da gibt's irgendeine Belohnung für, aber nein! Auf die Tube drücken! Na gut, dann fahren wir die 800 Meter bis da hinten. Ich dachte, da gäbe es vielleicht irgendwas für. Nein, die fahren in die falsche Richtung. Die Brücke ist auf der anderen Seite. Beziehungsweise das, was von der Brücke noch übrig ist. Ach, das Teil! Baybridge! Hier war ich ja schon mal. Was? 100 Skrippen? Wofür haben wir die denn gekriegt? Hüp! Ich habe gerade von Grant gehört, dass er unsere Hilfe gebrauchen könnte. Drei seiner besten Leute haben getarnt die Basis der dunklen Materie infiltriert. Sie sollten verschiedene Generatoren zerstören, welche die Zielsysteme der dunklen Materie mit Energie versorgen. Schließen wir uns mit Grants Männern kurz und dann schalten wir das Zielsystem ab. Ich habe ihre letzten Standorte aktualisiert. Das sind jede Menge Leute. Musstest du sie so wütend machen? Ach. Das sind jede Menge Leute. Musstest du sie so wütend machen? Okay. Okay. So, mal gucken. Ja, da hat mich wohl nicht gesehen. Äh, äh, äh. Raufel. Okay, Staffel 2, Folge 1. Äh, hacke den Hauptrechner der dunklen Materie. Der ist ja wohl hier oben. Wer ist denn der Typ? Okay, stelle den Kontakt her. Hacken. Welches ist denn denn? Staffel 2, Folge 1, Aktenkundig. Gehe ober. Und da, in der Falle ist der Typ. So, ich bin jetzt begonnen. Schilder deaktiviert. Stopp. Und da, in der Falle ist es. Nein, hacke sie zurück. Oh, wir gehen schlecht. Oh, wir gehen schlecht. Und da, ach. Oh, wir gehen schlecht. Und da, ach. Komm schon, regeneriere! Es bereuen, mehr gekoppelt zu sein. Bis hierhin und nicht weiter! Oh, jetzt... Ah, okay! Mann, 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 Mann. Wer ist eigentlich der Typ da? Und warum muss ich ihn jetzt nicht mehr anlabern? Was ist das? Stelle den Kontakt her? Fühle Republik! Ach, der gehört gar nicht zu meiner Mission, oder was? Okay, gut. Meine Mission ist abgeschlossen, oder? Das heißt... Tschüss! Ich bin weg! Ciao mit Au! Ciao mit Au! Oh! Habe ich da für einen Scheiß? So, die Mission wäre abgeschlossen. Ich fahr mal kurz... Ah! So! Dann gucken wir mal auf der Karte. Hier gibt's nur Staffel 2, Alter Ego, ein Lebenszeichen. Hauptmission. Okay. Episode 4. Staffel 2, Folge 1, Brüderliche Pflicht. Staffel 2, Folge 3. Episoden-Mission? Staffel 2, Folge 2. Hatten wir nicht Staffel 2, Folge 1 gemacht? Und was ist Staffel 2, Alter Ego? Na gut, dann machen wir das einfach mal. Was auch immer das ist. Na gut. Falls hier irgendwo eine Nebenmission ist, werde ich sie... Oh, da ist eine Nebenmission. Und dann... ... Die werden wir einfach mal machen. Unterstütze die lokalen Söldner. Ich habe zurzeit personelle Probleme. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Nechelorn versucht bei Nob Hill die Stellung zu halten. Aber ihnen gehen Munition und medizinische Vorräte aus. Wirf etwas von diesem Mist ab, bevor ihre Reserven völlig ausgeschöpft sind. Ich habe die Geräte auf der Karte markiert. Aktivieren wir sie. Warum auch immer ich gerade... Ja. Schön. Während Defiance läuft, meint das Programm, was Updates für Defiance runterlädt, einfach mal sich neu zu starten und nochmal zu updaten, obwohl es sich schon geupdatet hat, letztens. Ja. Das Ding updatet sich einfach zwei- bis dreimal täglich. Wir brauchen sofort Verstärkung. Wiederholen. Carolina One unterschwerende Schuss. Hört mich jemand? Nein! Nein! P rotational��니 Techn downtown? Da. Genau. Kein Kraft? Okay, was soll ich hier eigentlich machen? Bring die Munition zu Echelon, Alabama. Dahin. Okay, gut. Das haben die doch absichtlich hier so gemacht, oder? So. Welches Gerät? 15 Minuten, ja. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass sie auch ein Update fahren von dem Klienten. So. Okay. Wieder Munition irgendwo hinbringen? Lasst euch nicht von mir stören, ich bin hier nur kurz... Du gehst die Dinger richtig an. Das gefällt mir. Zeit für ein Auto. So. Nein, ich werde jetzt keinen Archenfall machen. Archenfall im Anmarsch. Nein, werde ich nicht. Man weiß nie, was aus diesen Dingern rauskommt. Also rate ich zur Vorsicht. Nö, da kommt nichts Gutes raus. Dementsprechend fahren wir weiter. Falls eine Nebenmission auf dem Weg liegt, werde ich sie natürlich annehmen. Und ich glaube, durch diese kurze Downtime, die es jetzt gleich gibt, was ich übrigens lustig finde, es gibt täglich um... Ach, Alter. Jetzt lass doch den Scheiß. Der automatische... Ah, fick dich! Dämlicher automatischer Updater. Hör auf, ständig den Fokus zu ziehen unter Windows. Kann er wohl nicht angehen. Was ist das bitte für ein Verhalten? Da ist noch eine Nebenmission. Ich werde übrigens die Nebenmission aus dem ganz einfachen Grund machen, weil in 15 Minuten ist der Server down. Ich glaube nicht, dass ich diese Story-Mission tatsächlich schaffe vorher. Ich glaube nicht, dass ich die Nebenmission aus dem Weg bin. Vielen Dank.